Wie war ich zum ersten Mal hier? Wie ich zum ersten Mal hier war, war natürlich der erste Eindruck sehr gut von der Sauberkeit und vom Ambiente und das hat mir gut gefallen. Aber dann war ich, wie gesagt, sehr skeptisch, weil ich gedacht habe, was kommt alles auf mich zu, wegen den Unkosten und was verkaufen die mir, was drehen die mir an, aber es war unbegründet. Die Menschen sind toll ausgebildet, obwohl ich selber kein Zahnarzt bin und was auch sehr schön ist, man hat für jeden Bereich die Spezialisten, professionell, professionell und professionell.